Es gibt noch zwei wichtige weitere Termine dieser Gruppe, die ihr im Auge behalten solltet. Und zwar ist es am Freitag, da machen wir von Noja eine Aktion am S-Bahnhof Rathus Steglitz. Und zwar geht es dabei um die Debatte, ihr habt das vielleicht einmal das Herbst wird bekommen, die CSU hat eine Debatte, die hat gebracht zum Thema Armutszubannung aus Rumänien und Bulgarien. Und wir finden diese Debatte einfach nur unglaublich rassistisch und menschenverachtend. Und die hat auch mit der Realität überhaupt nichts zu tun, weil deutsche Firmen eigentlich massiv davon profitieren, dass sie Menschen aus Bulgarien und Rumänien ausbauen können. Und wenn ihr euch darüber informieren wollt, dann könnt ihr am Freitag ab 15 Uhr zum S-Bahnhof Rathus Steglitz kommen und da euch ein bisschen über Menschen aus Bulgarien und Rumänien informieren. Und unser zweiter Veranstaltungshinweis, der bezieht sich auf den Samstagmittag. Falls es euch nervt, dass Unternehmen im Geheimen ein Freihandelsabkommen aushandeln, um unsere Demokratie einzuschränken, damit sie noch mehr Profite machen. Oder falls es euch stört, dass tagtäglich Menschen an europäischen Außengrenzen sterben, kommt am Samstag zur Blockupy-Demo um 12 geht's los am Oranienplatz gegen die herrschende Krisenpolitik, Solidarity Beyond Borders. Wir haben einen Attackblock da, ihr kennt ja den rumpfenden Fahnen, leicht zu finden. Also wir sehen uns am Samstag ab 12 am O-Platz. Wir sehen uns am Samstagabkommen. Vielen Dank, Herr Kollege Beck. Bitte auf Röde.